Bei den Dallas Mavericks ist er immer noch das Team, das in Deutschland am meisten gucken wird aus der NBA. Und natürlich dieser Mann hier, SGA, Shea Giltis, Alexander, First Team All-NBA, ein absoluter Weltstar. Und damit gehen wir rein in das Spiel mit dem ersten Ballbesitz für Kanada. Kelly Olenek, zusammen mit Dylan Brooks, der hat den Switch-Shot gegen Johannes Puckmann, den langen Zweier nimmt. Damit kann die deutsche Nationalmannschaft leben. Würfe von außen von Dylan Brooks, einer der ineffizientesten Shooter in der NBA in der abgelaufenen Saison. Dennis Schröder rüber für Daniel Theis und die erste deutsche Punkte. Die Chemie dieser beiden, dieser Pick-and-Roll-Kombo. Unangefochten. Schröder also zu Beginn verantwortlich für Shea Giltis, Alexander. Die Deutschen, die sowieso auf allen Positionen dann von oben switchen. Wir haben jetzt gerade Andy Oost gesehen, der RJ Barrett da eng verfolgt. Und Kelly Olenek von außen. Über 40 Prozent von der Dreierlinie auch in der abgelaufenen NBA-Saison. Die ersten Punkte jeweils durchlaufen. Obsts, über Adi Barrett. Adi Barrett mit einem kleinen Damn hinterher. Dachte eigentlich, er ist da nah genug dran an Adi Obst, aber da reichen schon wenige Zentimeter. Brooks mit der Attacke nutzt seine Körperlichkeit gegen Daniel Theis. Schöder, da ist gleich nochmal Obst. Dann geben sie ihm wieder zu viel Platz. Dieses Mal kann er nicht verwerten. Der letzte Mann in dieser Statik-Pfeife bei Kanada, die wir noch vergessen hatten, RJ Barrett. Eine starke Saison gespielt für die New York Knicks. Eines der größten Basketballtalente seines Jahrgangs vor vier Jahren in die NBA gekommen. An dritter Stelle gezogen worden im Saft. Die Erwartungen noch nicht ganz erfüllt, aber er kommt langsam dahin. Schegels ist Alexander, das ist sein Büro, die Mitteldistanz. Auch wenn er hier verfehlt. Wagner nach dem Pass von Dennis Schröder. Also es geht früh um Spots aus dem Tempo in der Transition. Dennis Schröder mit dem Foul, um Schegels ist Alexander da zu stoppen. Auch die beiden Wirken von Andy Hooghs zuvor schon recht früh in der Shopblock. Wagner perfekt bedient auf dem Flügel. Brooks mit dem Extra-Pass für Kelly Olenek. Der verschafft sich mal ein bisschen Platz und findet wieder Dylan Brooks. Und wie gesagt, also solange der von außen wirft, ist alles gut. Kelly Olenek mit dem Foul an Franz Wagner. Das ist dann eher die Rolle vonquartender, der Sportler kam. diese harte on-ball die fernst gerade im vorjahr als positive überraschung der mb war jetzt schon erst mal auf franz wagner mit dem katz für die schulter gerade im jahr zuvor sehr wichtige stütze hat sich allerdings in die haare bekommen mit dem management da auch mit dem coach wird jetzt in der kommenden spielzeit bei den houston rockets spielen dann ist es nächster wort von außen und box gefault von johannes voogmann guter start allerdings der deutschen nationalmannschaft das ist alexander mit der attacke kann sich da nicht durchsetzen gestern oft so als zweite option genutzt worden fand ich ganz interessant dass kenny und linik häufiger mal die ball gebracht hat für den spielaufbau mehr oder weniger zu ständig war und dann schäkelt das alexander erst mal aufwahl eingesetzt würde der wurf von dennis ströder verpasst deutlich das ziel mit dem spin und den punkten das ist die große stärke gestern immer wieder gesehen gegen neuseeland mit zehn applaus bedacht hier in hamburg dieses mal der erste wechsel etwas früher bei gordon herbert das ist dann ja sehr sehr lang mit dieser erst geblieben dennis ströder no look for daniel theis das 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 den wurf aber nicht sofort das ist wieder denn das schilder da musste loswerden über michael alexander walker der ball hatte nie eine chance der nächste nba spieler der dann von der bank kommt der cousin von sga allerdings ganz ganz anderer spieler typ sehr viel weniger ball dominanz mittel zwei man beiden drei mann bei ihm das fall die meisten drei spiel also die meisten attacken zum korb in der liga mit weitem abstand sogar schickes alexander mit wahnsinnig hoher effizienz er ist da in der region rund um den korb und auch so leicht außerhalb der zone ein kaum aufzuhaltende offensivspieler diesen floater perfektioniert in den letzten ja sehr ungewöhnliches spiel eigentlich für den modernen point guards gerade auf diesem level first team all nba einer der besten scorer der liga den von drei jahr von wo von außen liegt also gut wie gar nicht gegen aj barrett ist auch ein guter mann verteidiger der stelle machte den wurf auch schwer und auch nur dort kommt dann von hinten noch also das ist dieses mal der pass also auch nur dort noch von der bank das ist eine sieben mann rotation mit wahnsinnig hoher qualität und dahinter gibt es ja dann noch einige sehr interessante spieler die deutsche nationalmannschaft hat in den letzten paar sequenzen ein bisschen probleme aus dem halbfeld daraus da mit heiß mit dem spinnschildfehler das erste sturm alles ausgeglichen hier der da oben navigiert beim pick'n'roll art barrett aus der ecke die führung für kanada mit dem faul auch bei ihm nach wie vor der wurf von außen nicht so wenig die große stärke der mann der der patensohn von steven nashes seit frühem kindesalter großgezogen vom zweimaligen jenninger mvp die konkreten zu überschritten die streckenbeibürfe für dennis schröder schröder in diesem ersten stint mit vier assist alle assist der deutschen nationalmannschaft liefen die hände von schröder auch jetzt sein erster punkt er ist bei weitem nicht mehr so ball dominant wie er in der vergangenheit auch schon mal war gibt viel von der verantwortung auch ab an franz wagner vor allen dingen aber an franz wagner vor allen dingen aber zu beginn dieses spiel hat er schon sehr viel die ball in den eigenen händen gehabt das ist genau das was man von bonga sehen möchte aggressivität diese wahnsinnigen körperlichen voraussetzungen gepaart mit der fähigkeit den ball zu führen in der transition die deutsche nationalmannschaft dennis schröder vom parkplatz wenn er einem so in die hände fällt dann wieso nicht auch mal von nba range schlug dort abrissbirne dennis schröder no look lockt für dann jetzt heißt den edel optics arena wie wir bereit gewesen zum abheben ganz viel tempo jetzt die selbst bei besitzen und alexander walker mit profil die faule dennis schröder nba range so ungefähr für seine ersten punkte auf dem spiel auch moritz wagner in der partie der kleineren aufstellung der kleineren aufstellung der vierte deutschland mit teamann und roso zwak da vorne nur dort wird er sich wahrscheinlich schwer tun aus dem ballhandling heraus aber das ist die möglichkeit hinter dem screen dort der da den falschen weg geht eigentlich unter den block durch das ist ein bisschen tageslicht das alexander verkehrt deutlich offensiv über bei 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 Adelis Schöner macht hier einen vorzüglichen Job bisher auch, in diesen Transition-Situationen immer die wichtige Option zu finden. Erste Auszeit des Spiels von Jordi Fernandes. Erste Auszeit des Spiels von Jordi Fernandes. Erste Auszeit von Jordi Fernandes. Erste Auszeit des Spiels 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 von Jordi Fernandes. So, alle Zeit der Babes. Erste Auszeit des Spiels von Jordi Fernandes. Es wird schon deutlich schwerer. Zwei gute Abschlüsse in diesem Ballbesitz für die Deutschland-Zwei-Mannschaft. Beide nicht gemacht. Und Hanada hat das noch erleben. ...auf Linie gehen, Teamfachbremse auf deutscher Seite gewissen. An der Zander an der Linie, der willkommen in der Saison bei Harpoel. Tel Aviv spielen wird es, eine Mannschaft, die recht umtriebig ist auf dem Transfermarkt in Europa. Jetzt die Saison noch für Valencia, verpasst ihr beide. Wagner mit dem Block, über der Mittellinie für Maudulo. Ich habe den Händler für Andi Ochs, das ist verteidigt von J.B. Hengst, dem ehemaligen Freisheimer aus Frankfurt. Da fünf Sekunden noch, für Maudulo, der Crossover findet Mositz Wagner. Na, der will wieder nichts. Na, das sind gute kreierte Würfe, die allerdings momentan verpasst werden. Alexander Walker. Ochs mit der Defensive Rebound, letzte Minute dieses ersten Viertes. Gegen Dort, da ist kein Weg vorbei an den Hydranten. Mo gegen Ejim. So, in den Entry Pass. Kanadier switchen abseits des Balles an die Obst für drei. Aber sehr geschickt gemachter Defensiv. Ludorff nimmt den Entry Pass weg zu Moritz Wagner und den Missmensch, weil er rechtzeitig switcht. Dort jetzt in 1 gegen 1 gegen Johannes Thiemann, der Pull-Up. Auch damit kann man leben. Ja, es ist gar nicht das Spiel von Ludorff. Deutschland hat die Möglichkeit für den letzten Wurf zu halten, in diesen ersten zehn Spielminuten auf absolute Augenhöhe. Deutschland zu Beginn etwas stärker. Dann kam die Kanadier. Maudulo mit zwei Crossovern wird es an die Freipunktlinie gehen. Dann kam die Kanadier. Dann kam die Kanadier. Dann kam die Kanadier. Das ist gar nicht die Fertig. Dat klärtig. Das ist gar nicht die Wurzune. Dann kam die Kanadier. Und heute ganz früh schon die erste Einsatzzeit für David Krämer. Gestern ja erst im letzten Viertel dann gekommen, als das Spiel schon längst entschieden war. Also Gordon Herbert arbeitet dann doch noch etwas an den Rotationen heute. Nachdem wir gestern zwischenzeitlich den Eindruck hatten, dass er da vielleicht schon sehr klar sich entschieden hat. Gerade für dieses Starting Five, der Minuten sehr lang zusammengegeben ist. Dann fragt man nochmal auf den Parkett für diese letzten 3,1 Sekunden des ersten Viertels. Alexander Walker genau in die Hände von Ziemann, hinter den Rücken von Krämer. Das ist ein typischer David Krämer. Mehr David Krämer bekommst du nicht als diesen Punkt. 26 zu 20 und dieses erste Viertel endet mit einem Paukenschlag. Der deutsche Nationalmannschaft, der weiß gar nicht, wo der Ball ist. Und dann hat er ihn für eine zehnte Sekunde in der Hand. Und Ratschmanns. Super Moment für Krämer und für die deutsche Nationalmannschaft. So, und wir kümmern uns um eine Show, in der es ähnlich viel emotionale Reaktionen gibt. Das ist Deutschland, 6 Punkte Komponente gegen Kanada. Zweite Anrufe, Bobby Fremde auf vier. Lassen wir uns alle gemeinsam aufgehen. Reim ins zweite Viertel. Thema umzeit, Glöcke abseits des Balles. Maudelot, das ist eine undankbare Aufgabe für jeden gegen Lou Dortz. Da außen, Mo Wagner bekommt Alexander in die Luft oder den Fallen Offensiv-Foul. Na, beiden Refs waren sie nicht einig. Schauen wir mal, auf was sie sich am Ende einigen. Blocking-Foul. Dann doch also gegen die Defense entschieden. Von der Base-Sign-Aus. Zunächst auf Offensiv-Foul angezeigt. Und so, Mo Wagner, also, Moses Wagner, verzeihung an die Freiburg-Linie. Zunächst auf Offensiv-Foul. Wieder in der deutschen Nationalmannschaft. In der Presse. Das muss Gordon Herbert jetzt schon sehr intensiv, auch um Zeit vor der Uhr zu nehmen. Beim Gegner. Alexander Walker. Boah, feines Anspiel für die Punkte von Alexander in der Zone. Alexander Walker, der so als Defensiv-Spezialist, 3&D, in die NDA gekommen ist, entwickelt es da schon immer mehr auf seine Skills als Point Guards. Und jetzt wieder mit der Attacke. Keirken Johannes Thiemann geht zum Korb und Ezeben räumt auf. Kanadier lassen hier nicht abreißen. Und dann bleiben wir auf der Uhr für den deutschen Angriff. Turnover aus dem Einwurf heraus. Hans, der findet den Weg. Wieder Kyle Alexander. Auszeit, Gordon Herbert. Auszeit, Gordon Herbert. Ich bin jetzt hier, wir haben eine gute Offense. All right, hey, listen. Hey, wir sind Hornside, Shoulders, um. Okay, Platz hier. Platz hier. All right, hey, JT hier. Es kann auch ein von euch, oder ein von euch. All right, wir kommen auf JT. Hey, oh, ihr seht die Flair. Rastis starten kommen. Hey, DHO, DHO, most coming. Most great. All right, hey, we got to be strong with the ball right now. Let's go. 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 So, wir haben das Kett von Dr. Herbert Gassi, wir haben mit dem nächsten Play. So, du passt diese Auszeit. Dann ist Schröder wieder in der Partie. Siehmann mit dem Hand-Off und den Zuhaften blocket den Foul gegen Alexander Walker. Das bewegt sich da vielleicht minimal in die Richtung des Angreifers. Michael Alexander Walker fliegt. Und dann ist es wieder Alexander in der Zone. Siehmann mit dem Hand-Off und den Gassi, wir haben das schon von ihm in der BWL gesehen. Siehmann hat eine wahnsinnig hohe Qualität, Kreativität. Und macht hier sehr viele gute Sachen für Kanada. Gleich eine Einwechslung. Siehmann zieht gleich das nächste Foul. So, das Teamfoul der Kanadier. Moritz für Franz und der oben übers Brett. Alexander Walker ins Gesicht von Ma-O-Dolo. Der Basketballgott nicht ganz auf seiner Seite. Ein ganz ungewöhnliches Wurf-Profil in der NBA hat in der Vergangenheit schon eine Saison gehabt. Wahnsinnig viele Versuche von außen hatte. Über sechs Leier pro Spiel für jemanden, der jetzt nicht die erste Option ist. Ist das schon sehr hoch. Allerdings nie sonderlich effizient. In dieser Saison hat er aus dem Dribbling eine deutlich bessere Quote gehabt als auf dem Stand. Auch wenn er nicht allzu viele Würfel da nimmt, aber doch so ein Nimm pro Spiel. Schröder über Alexander. Und Thiemann mit der zweiten Chance. Wagner, die Attacke gegen Dort. Thiemann mit einer Hand. Und wieder Franz Wagner, derjenige, der da das Play im Prinzip abschließt mit dem Pass. Er hat seine Fähigkeiten als Spielmacher das, was ihn auf das nächste Level heben wird, heben soll. Wie er es dann auch schon gesagt hat, wurde gehört von Herr Günther, ein NBA All-Star. Etwas, was man realistisch in den nächsten Jahren sehen könnte. Ich erinnere mich noch, Stefan Koch. Er ist sogar noch weitergegangen mit der Coach. Vor einem Jahr bei der EM davon gesprochen, Gordon Hayward mit höherem Potenzial, mit mehr Athletik. Und das wäre dann schon eine Ansage, wenn er sich zu so einem Spieler entwickeln würde. Hier allerdings jetzt in leichten Foulproblemen mit zwei Schnellen hintereinander. Der gilt das Alexander wieder mit von der Partie. Dennis Schröder mit Tempo gegen SGA. Der macht einen sehr guten Job, wollen zu bleiben. Daniel Theis bekommt den hoffenden Wurf aus der Ecke. Wire will nicht so richtig in dieser Phase. Wieder Shea aus der Mitteldistanz. Aber der findet seinen Touch auch noch so gar nicht in diesem Spiel bisher. Schröder hat die 1 gegen 1 Möglichkeit gegen Kelly Olenek. Unten ist Franz Wagner mit dem Mismatch. Schröder jetzt von außen. Auszeit Kanada und Deutschland macht, wie ich finde, gerade einen sehr guten Job im Halbfeld geduldig die Option zu finden. Auch dass Dennis Schröder dann nicht sofort aufs 1 gegen 1 geht, sondern erst die anderen Optionen sucht, um dann den Wurf am Ende per Pass zurückzubekommen. Das sieht schon sehr, sehr weit aus in dieser Phase. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. All right, we're going to go a little bit of movement here. Back, it's going to be, uh, Shane, you got the ball. Kaelin, uh, Archie. Kaelin, Dwight, and Archie. Kaelin, you're going to go Nova, all right? Kaelin, from here, we're going to hit the white. All right, we just go Nova. Then from here, we flash, because they're going to be denying you and you play behind. The one thing he is saying is, we need to play with Shane, with Faze, and you guys go every time with Faze. Everybody runs together, it's hard to pay. Come on, Nova flash. Action you, 3-1, 2-3, action you. Auf, Pauli Fernandes zum Coach, der sehr. Auf, Pauli Fernandes zum Coach, der auf das nächste Play bedacht ist, bis bei seinen Auszeiten. Anthony. Auf, Pauli Fernandes. Copy her. Silence, Silence, Silence. das hat mit den schilder fans wagner das team an maudolo und dann ist heiß den brot extra pass kelly also wann immer die kanadien so ein bisschen den ball ans laufen bekommen da sind schon viele dabei die auch als sekundäre entscheidungsfinder die wichtigen optionen ziehen und wenn man so gut geht der beste shooter auf dem kader der am ende befunden wird das wild aber mit purer kraft durchgesetzt der erste zweistellige scorer modulo mit dem crossover über daniel theis attacken 2 macht gut job aber der pass ist super parteister von wagner auch von außen will nicht mehr das team und hier war das jemand der da sechs von 18 von der bayern 6 von 19 sogar viele gute möglichkeiten auch viele gute offene würfe auch verpasst man gambelt da auf den stil zunächst der lockt der block von theis und franz wagner mit dem dvd freebounds wagner in der transition durch alle hindurch mit der lückenhands unaufhaltsam ein technisches foul gegen daniel teis sidestep mit der linken ganz fein abgeschlossen weiß nicht genau für was es das technische gab teis hier war nichts zu sehen schau also gerade eben saß so aus jetzt bitte die red die 10 anzeigen aber es war wohl die neuen gemeint als franz wagner dann mit dem technischen verzeihung muss ich korrigieren franz wagner also mit dem technischen foul wegen des feiern hatte die geste des referees falsch verstanden schau aus der ecke aus der ecke ganz offen aus dem catch und shoot bekommt die zwifter relativ zuverlässig aus der ecke ganz offen der färber ist gefaulst überschritten mag man damit jetzt auch mit drei personen auf der bank Die Zeichen stehen gerade üben. Schöder mit 10. Der zweite Spieler, der hier zweistellig scortet. Das ist eine schwierige, definitive Zuweisung. Und Dylan Brooks über Dennis Schröder. Sehr gut verteidigt. Ball im Aus bei Deutschland. Gut gemacht von Daniel Theis. Schöder. Absolut. Das ist nicht allzu viel Bewegung. Es ist in dem Play. Andi Obst und Vogtmann räumt auf. Vermeintlich. Bekommt den Job dann aber nicht ganz erledigt. RJ Barrett führt rein. Das ist ein 5-Punkte-Swing, der wehtut aus deutscher Sicht. Haben wir mal die Gravitation gesehen. Die berühmte von Andi Obst auf der anderen Seite. Zuport zwei Mann so eng bei ihm, dass die komplette Zone offenbar. Bonga mit dem Airball. RJ Barrett in Transition. Da ist er schwer zu stoppen. Für eine 2. Paul in dem Fall. Und der mit dem Autosivbau. Das ist das Persönliche auch von Dwight Fowl. Auszeit beim All-Deutschland der Folge in die Sieben. Conrad, Dwight Fowl, Deutschland. Und der mit dem Fall. Auszeit noch genommen von Gordon Herbert nach der Szene. Das ist ein Schlagabtausch auf absoluter Augenhöhe. Auszeit beim All-Deutschland der Folge nach. And you're running off the stagger this way. Alright? Might have some there. Then we're coming right back off it. Okay? Joe, you're up to the corner. Daniel Teich, you're diving. Hey, we got Andy right here. Andy coming off the stagger. First option. Joe stepping back to the corner. Daniel diving. We don't have anything there. You got that whole floor to go right there. Here we go. Two. Three. Two. Two three. Two three. Hochprofile, wie vorhin schon angesprochen, heute in ganz anderes bei der deutschen Nationalmannschaft, Das gestern, als man ständig in die Zone kam, heute 21 Dreierversuche, bereits vor der Halbzeitpause 6, nur getroffen, 28 Prozent also von außen. Okay, Barrett, der Topscorer mit seinen 3. Punkten. Dennis Schröder gegen Lou Dodds, mit dem extra Pass gut gelesen und die Kanadier unterwegs im Fastbreak. Dennis Schröder zunächst dazwischen, aber gab noch mal die Chance, weil weggeworfen von Tilly. Schröder will ein Foul. Von Logan Storz. Jetzt wieder für die Entwicklung mit Daniel Tyson, in diesem Falle Pick'n'Cup. Zeiss nutzt sofort diesen Geschwindigkeitsvorteil gegen Zack Meadie, die Mann aus Purdue. Spät nach dem College, ursprünglich angemeldet für den NBA Draft, dann aber wieder zurückgezogen. Bisher noch nicht der gleiche Impact wie gestern. Und Schröder mit Tempo, and one. Zack Meadie zweimal involviert, nach seiner Einwechslung in die deutsche Offense und zweimal leichte Punkte am Korb. Dr. Christoph, und zweimal leer? Dr. Christoph, und zweimal? Dr. Christoph, und zweimal die Ine throat. Dr. Christoph! dort verliert die ball auf die weg zum korb bekommt ihn irgendwie wieder das kommt dann die freiburg linie erstes ball von daniel theis da muss man sich also keine worgen machen auf deutscher sicht nur dort einer dieser ungedrafteten spieler die immer mehr gefühl zumindest in den letzten jahren schaffen der mb einen großen impact zu hinterlassen die kollege von schädel ist alexander der wahnsinnige sein gearbeitet kann er da wechselt jetzt auch eine zonenverteidigung mit sekten wieder hinten drin das ist die lösung für den großen mann der da dreimal oben ins pick and roll involviert und geschlagen wurde aber so ist es dann ein faul außen von sga an dennis schroeder der geht an die freiburg linie weil die team vorgleich zu überschritten ist letzte minute dieser ersten hälfte eine sehr viel engere angelegenheit als die erste hälfte noch in berlin gegen diese kanadische nationalmannschaft aber das hatten wir alle aufkommen sehen schenke ist das alexander durch zum korb und der bekommt wenig richtig gute abschlussgelegenheit in korb nehmen das ist ein sehr sehr positives zeichen eins von sieben jetzt aus dem feld wieder die zonenverteidigung bei den kanadiern schroeder über für furchtmann der nutzt seine länge und wird einfach über alexander walker damit auch die two for one chance erhalten schenke ist das alexander möchte es ganz schnell machen damit kann er dann noch mal den ball bekommst du jetzt die zweite chance für aj barrett step back war ja über dennis schroeder fällt nicht und dann das faul beim rebound von johannes hochmann auch hier die team vorgleich zu überschritten bei den sechlinien an die freiburg linie gestern nicht im kader gegen neuseelands er ist zwei meter vierundzwanzig die kleine abschüsse wenn überhaupt war aus dem längeren seilbereich aber eigentlich ein ganz feinem tag von der freiburglinie hier einen von zwei deutschland kann den ball halten für den letzten wurf dieser erste hälfte denn es schöder über für gefahr über den brooks der walker bekommt keinen wurf mehr los vier punkte führung für die deutsche nationalmannschaft nach diesen ersten 20 spielminuten das ist dieses berühmte spiel der läufe wenn auch nicht in großer fetter ausprägung man das gefühl wann immer ein team von halbzeit nummer zwei mit seinen drei persönlichen faust und isaac bonga startet dafür die zweite hälfte die kanadier unverändert im vergleich zum spielbeginn den schädlichen alexander den brooks zwei paul kelly und rj barrett und wenn ich mit dem fade away und den ersten punkten dieser zweiten hälfte von gar eingesetzt am flügel das ist normalerweise der spot den dann auch franz wagner bekommt das ist eine gehen auf den stil das ist heute noch gar kein mittel so wie es gestern 1 gegen neuseeland war ein anderes level an ball handling dass die deutsche nationalmannschaft zur verfügung hat aber da war schädlich als alexander gestern sehr oft sehr sehr aggressiv heute eher noch zurückhaltender sowieso zum zweiten mal hintereinander st mit riesigen offensivproblem gegen die deutsche nationalmannschaft weil er nicht an seine spots kommt und er hat sich daran leicht am finger wie getan so wie es aussieht hat ja durchaus auch schon persönliche geschichte mit brooks da gab es ja eine ganz große auseinandersetzung mit dem flügel der damals moment des brisees vorhin schon mal gesagt wird aber der bei den mr rockets und mit lebron james den besten spieler wie man die je nachdem wie man möchte mittlerweile vielleicht zweitbesten spieler bei den l.a.l.a. lakers mit der brooks sehr öffentlich und dementsprechend auch dieser fingerzeit von fröder als er den brot zu boden geschickt hat im spiel in berlin einer der ganz klar angelehnt war an diese auseinandersetzung mit seinem team mit seinem persönlichen freund ja auch wie immer wieder betont lebron james als basketball gegen ganz viel trash talk in öffentlichen medien und so weiter und so schüler bereits mit zehn freiburg versuchten alle gemacht eine preis mit dem fall gegen kelly olymer nicht kommen wir noch nicht sein 2 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 10 5 5 6 5 5 6 7 5 6 6 20 punkte für schröder kelly und linik mit dem step back aus der position aber er findet da am korb nichts außer zweite und dritte verteidiger und hier noch mal der brilliante pass von johannes kopfball über das komplette feld und seine ströder noch mal mit dem finger hinterher in richtung der rucks fernandes jetzt wollte da ein faul haben zwar freiwürfel haben für alexander oder ob es bekommt ein bisschen tageslicht für drei das sind die place wenn er da um die bergung vorkommt die nur für ihn gemacht sind da der barrett über tag jetzt heißt spirit führt heute auch von außen 16 punkte für den topskoller der kanadier das ist gegen paul mit dem langen zweier und sagt bonga ist da geht das persönliches Das war das Wagner, in dieser Zeit näher zu. 58, 54. 2 Mann, 2 Franz Wagner. 10 Sekunden nur noch auf der Schockglock für die Deutschland-Netzeneimerschaft. Das ist natürlich schon ein unangenehmer Deckort damit. Lou Dortz und Metzelle Brooks. Aber Dennis Schröder ist das alles egal. 23 für den Kapitän der Deutschland-Netzeneimerschaft. Und Schegeltes Alexander mal für drei. Nein. Schöder direkt wieder mit Tempo in die andere Richtung. Die Möglichkeit sogar den Vorsprung zweistellig zu machen. Dennis Schröder. Tiefer Leier. 64, 54. Und das war eine Ansage. Geht da aus dem Dribbling nach oben. Meter hinter der Dreierlinie. Schegeltes Alexander mit dem Kick auf Pass für Dylan Brooks. Der mal antworten kann. 18, 55. 1,59, 50. Der hat Torf 18, 90. 2,59, 50. Da geht es jetzt. Jetzt führt das. Der Pass drüber. Franz Wagner für drei. SGA gegen Obst Das ist mal sein Spot Zweiter gemachter Bruch aus dem Feld erst Ludorz zuständig für Dennis Schröder Obst mit dem nächsten Foul Das Persönliche Und dann geht es jetzt auf die Bank für den Bruch Also auch Roli Fernandes, der hier schon sehr eng mit seinen Rotationen umgeht Für den allergrößten Teil Nur mal ein bisschen die Zonenverteidigung gesehen Mit E.D. da drin Aber ansonsten sind es vor allen Dingen die sieben NBA-Spieler Boah, schöner für 3 Wieder so ein Wunderpass Könntes Alexander überfuckt man Vielleicht hat er jetzt seinen Rhythmus gefunden Das Spiel von Theis abseits des Balles für Dennis Schröder Gegen Ludorz, zwei Mann bei ihm, der skippt was ein bisschen hoch Hochmann, sechs Sekunden noch auf der Uhr Findet, wieder Daniel Theis, das ist überragend gespielt Schöner, der die Ball los wird Nachdem er die Verteidigung erstmal in Bewegung Glück, Kelly Olenig aus dem Rhythmus Das ist ein 2,11 Meter Mann Mit einem Pull-Up in der Transition Herzlich Willkommen im modernen Basketball Schöner mit dem Foul gegen SGA Zweites Persönliches Erstens Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im bleacher Knelli Lennig im face-up gegen Vautmann der step back und ich wollte da das faule war auch viel kontakt hat der karaboulase und dann lässt er da vodmann auflaufen am boden liegen stellt ihm bein war uns das ist nur unsportlich ist ich glaube da müssen wir nicht viel diskutieren schauen wir noch mal drauf olenig hier möglicherweise gefault von vodmann und dann aus dem lust hier und das ist noch nicht ganz dafür so laufen und zack Zwei Freiwürfel. Zwei Freiwürfel. Zwei Freiwürfel. jetzt in diesem dritten viertel nachdem er so riesige schiefigkeiten hatte auf schluss aber noch bei drei von zwölf jetzt vier von reiz und verzeihung aus dem feld heiss angespielt von vorkmann und dann wird er da in die presse genommen in der mitte alexander von hinten der in den rücken springt zum glück aus daniel teilsicht ist da der kontakt mit dort nicht allzu fest weil ich glaube wenn wir der auf den nacken springt das ist die nächste simulation dazu wenn man so alte filme anbaut und einem klavier auf den kopf fällt so 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 wieder auf dem paket für die deutsche nationalmannschaft zusammen mit team an thais wagner und schröder team an der nicht dranbleiben kann gegen michael alexander walker die war bewacht von du dort heißt dort ist dran von wagner bekommt den abfaller drei sekunden noch für franz wagner der pass in die ecke teils für drei und nur mit der zweiten chance wieder daniel teils von der dreierlinie das ist schon ein luxus dann als outlet für den buch von außen ins center zu haben in daniel teils schegeltes alexander gefault von schroeder ist natürlich auf diesem niveau nicht mehr so unüblich dennoch der shooting guard in dem fall mit dem offensiv rebounds und dem kick-out pass für den reier vom center jetzt erst mal auf die bank in überwagendes spiel vom deutschen nationalmannschaftskapitän bis hierhin der step back über franz wagner kurz aber er holt sich seinen eigenen offensiv überwagendes takt sich durch die zone sieben punkte vorsprung weniger als drei minuten noch in diesem dritten viertel die deutschen nationalmannschaft hierbei besitzt maudologe fouls wird damit an die freibeuflinie auch moritz wagner mit deutlich kleiner sind rolle heute und wieder ist es dieses starting five aus schröder obst teils wagner und vuckmann die die meisten minuten abreißen und das obwohl franz wagner er so lange mit faulproblemen draußen saß schauen ob er schnell wieder einen rhythmus entwickeln kann die man jetzt so lange auf der bank sitzen musste der walker die man mit dem catch ganz weit raus muss dann das wünschen wenn man rechtzeitig zurückkommt das fand ich gut die möglichkeit wieder zweistellig in führung zu gehen für die deutschen nationalmannschaft mit maodologe im sidestep dreier und das ist maodologe wie er bei der eurobasket unterwegs war und dennis schröder der erste cheerleader an der seitenlinie kelly oleni kommt nicht durch bekommt dann das faul auch er wird an die freibeuflinie geben aber das wirkt wie ein im kopf feier maodolo sieht die möglichkeit verteidiger nicht ganz nah genug waren in der transition und dann nimmt der sichtlinie die 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 zwei zusammen mit Die Wagner-Brüder gemeinsam auf dem Parkett. Eine Fünf-Mann-Berlin-Kombi, wenn man so möchte. Mit Maodo Loh, den beiden Wagners, Johannes Thiemann und Nils Giffey. Auch wenn einige davon nur noch Berliner der Herzen sind. Mit Maodo Loh gegen Alexander, findet Moses Wagner beim Abrollen. Ja, und da das nächste Offensiv. Tut sich heute schon wesentlich schwerer als zum Beispiel auch im Spiel gegen die Schweden. Die Kanadier machen einen sehr guten Job, da die Zone wirklich ganz dicht zu machen, ihm eine Wand zu zeigen, jedes Mal, wenn er da von oben attackiert mit zwei oder gar drei Mann. Und dann ist es eben die Passfähigkeit, die bei ihm noch so ein Ticken fehlt. Jetzt muss er draußen verteidigen gegen J.B. Haynes, der findet den Kick-Out-Pass. Alexander Walker kann heute nichts treffen, eins von acht aus dem Feld heute. Blue Dodds auf dem Weg zum Korb gefault. Vielen Dank. Vielen Dank. Franz Wagner hat genug Platz. 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 Franz Wagner hier übernimmt wurde. Franz Wagnerafft. play Shouldnti war. nur zwag damit der zweiten chance nur verliert die ball gegen jenemann versuchte sich zurückzuholen Ovationen verabschiedet Für. Den Moment verabschiedet natürlich Dort der sehr sehr gute phase jetzt spielt aber geblockt wird von mo baka Zunächst der blow-by und dann ist es vielleicht sogar Man ist Fuckmann der da zuerst ran ist mit der Hand Das mag er auf jeden Fall involviert Schöder und Loh im Backcourt zusammen mit Giffey, Fuckmann und Moritz Wagner Fuckmann für 3 Und dann zwei deutsche die um den offensiv übern kämpfen Giffey und Moritz Wagner jetzt Loh mit der Chance Schöder hat das mismatch gegen Kelly Olinik Der Drive, der Kickout, Fuckmann für 3 Zwei gute Situationen eigentlich herausgefühlt Alexander Walker weit offen Kelly Olinik Der dann aber zögert Morulo mit dem Foul Wurfeffizienz bei beiden Teams Sehr gut von außen Fühlt sich heute wie Das Spiel am Mittwoch in Berlin an nur 5 Stufen höher Dasselbe Personal aber Als ob dann 6 Wochen Vorbereitung dazwischen liegen würden Giffey ausgibt Wittling über Brooks Giffey ausgibt Barrett verliert den Ball Schröder Giffey ausgibt Schöder Giffey ausgibt Schöder 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 mit Moritz Wagner Wer braucht Wer braucht öffnet Schöders hast, B autonom Kann er, dann lässt sie ihn nicht abschütteln. Und jetzt dann also die Auszeit von Gordon Herbert. Und jetzt geht's, wir kommen rund um, ein Double Ghost, ein Double Ghost. Hey, Joe, Joe Volkmann, okay, Paul hier, Andy, Braun. Hey, Dennis is gonna come down, hey, hey, Braun, you're coming, little kid there, you're gonna come, we're gonna run to Ghost, Ghost, here, hey, hey, yeah, you got the ball right here, yeah, it's okay, it's Dummy, yeah, who is it, Braun, Dummy, nothing happened, hey, Joe's coming, Joe's coming, Ghost, hey, sorry, want Andy to go here, Andy to go here, Andy to go here. Dennis, you let the ball here, Andy Oaks, Braun, hey, you're running to Ghost, Andy, you're coming through, now, hey, still here, oh, here, now he's coming running to Ghost, oh, you duck in, you're looking to drive it, Andy to go there, all right, come on, guys, just press it, let's go. Das dauert ein bisschen länger für die Auszeit, Scott Irvance. Der Fallwurf noch für SGA. Das dauert ein bisschen, okay. block stehen und wenn es schöner bleibt in der luft hängen und wirft die ball ins aus das momentan momentum voll kanada denn es schüttel mit dem stil hatte kassel sehen von dillum rockstar ist franz wagner macht das sicher richtiger kornzieher im moment meinten die deutsche nationalmannschaft offensiv geht aus dem halbweg gerade nicht wirklich viel und dann ist schüttel mit dem nächsten foule an kelly olenig die volk jetzt überschritten und das ist das fünfte persönliche von dennis schüttel und damit ist er raus der überragende mann und der polka der hier so viele der fehden wenn ich gar alle in der hand hatte wird jetzt diese letzten 552 zu gucken müssen wahnsinnige schwächung für die deutsche deutsche nationalmannschaft geht hier runter mit 26 punkten auf das fahrrad wird übrigens noch mal überprüft von den raps Leid bei einem normalen Foul. Aber es ist wahrscheinlich eine Vorbereitung auf so eine WM auch nicht schlecht gegen so ein qualitativ hochwertiges Team. Jetzt mal die letzten fast sechs Minuten ohne den Starting Point Guard machen zu müssen. Jetzt kann man mal sehen, wie das aussieht. Vogtmann auf jeden Fall. Schau mal, mit dem nächsten Football-Pass. Franz Wagner hat beschwert sich, dass er gefoult wurde im Wiesel. Es ist Chaos. Kelly Olenek mit den Beinen. Oh, Olenek. Fake Hand. Oh, Finn in Dreier. Das ist ein absurd hohes Skill-Level. Einmal mit dem Himmel. Let's go. es wird sich so ein bisschen mauto los england wird kein fall beginn es war damit der arbeiter die verdienen brett man fragt da jetzt der designierte peter opol hätte auch die zwei paulen ebenfalls das fünfte persönliche das ist schwer zu beschreiben wie schwer das ist speziell wenn du zwei meter körpermasse mit vier schläfst schwer zu erkennen ob der rück kontakt war und auch wagt ein jato reiz mit vier falls also auch der muss hier jetzt sehr sehr vorsichtig sein also zwanz wagen moritz wagt mal runter zieht man wieder in der partie die 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 doch doch für adriber ist der franzweil der erste hätte jetzt hat er das nicht das guckt man die attacken bereits super bewegung klasse verteidigt von funk mann mehr kann man nicht warten sein kanadier wird ein mit ganz interessanten die für diese zuordnung in arme berlin zuständig zu beginn für franz wagner hat er da rucks gegen sich da ist an die obst für wahl kurz die man kräft von brett bei besitz kanada wird das wird einen ganz anderen charakter als dieses heißt 13 in der spielstand bisher aus deutscher sicht wird jetzt immer wieder aber der wurf das ist eigentlich der wurf schlechthin den er sich krieren möchte und die trifft heute nicht zuverlässig das ist ein go-to schlager gegen den bruchs wenig bewegung da geht jetzt wenig zusammen in dieser offensiven possession braucht man muss den loswerden am ende der schaffte schlager irgendwie und steck gilt das alexander mit dem spin move alle deutschen inklusive gordon herbert deuten schritt fehler an habe ich mich in live schwer zu sehen das war ein wahnsinnig offensiv aus dem ausgelegtes spiel über viele phasen schenkelte seine gländer geht an die freiburgie oh ja das war kein stetschen das schenkelte seine gländer aufgeführt hat das gewalt das waren ja vier schritte fünf schritte passiert dass sowas durchrutscht gestern noch wie vorhin so gesagt überwagend gegen neuseeland heute also in der ersten helfe sehr sehr schwer getan in der zweiten deutlich mehr schenkel das alexander ist bei 19 20 ist auch den neuesten stand 99 95 cranstein in hamburg wer gewinnt den basketball super cup 20 23 deutschland mit vier punkten vorne und bald und jetzt das vierte tv von kanada adi beretz mit seinem zweiten personen ausgefault dennis schulder auf deutscher seite franz wagner mit vier paus auf dem parkett den brooks mit vier paus auf dem parkett für kanada kontakt ist die mann auf wuchs da oben zehn sekunden noch für maodolo gegen die nächste faule drei würfe für deutschland auch seit noch mal Vielen Dank. 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 You're going to... All right? All right? All right? All right? All right? All right? ... All right? 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 No, all right? All right? Es kann alle in der Lage, dass sie die Führung hier ausbauen können. Eigentlich ist halt im ersten Viertel nicht mehr der Fall gewesen. Und SGA geht an die Freiburglinie. Aus dieser Situation heraus ganz schwer vorstellbar jetzt. Aus deutscher Sicht, denn die Kanadier, seitdem Dennis Schüder hier mit dem Hüpfen-Faul rausgegangen sind, haben sie beständig diesen Scoring-Run fortgesetzt. Mal Odo Loh rüber für Andi Obst, der extra Pass für Moritz Wagner. Wie weit wagt das wieder zusammen? Ein Punktunterschied. J. Giltes Alexander. Wagner schubst da Loh aus dem Weg, aber Archie Beric währenddessen mit dem Cut zur Mitte. Das war definitiv ein Riesenabstimmungsfehler in der deutschen Defensive. 111, 108, 29 für Archie Beric, 12 von 13 aus dem Feld. Absolut absurde Zahlen. Das Foul vor dem Wurf von Obst an Moritz Wagner. Und Moritz Wagner ein bisschen unruhend beim Aufstehen. Oh weh. Das scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Wie vor der EM schon so eine Verletzung von Moritz Wagner kurz vor dem großen Turnier. Das ist eine Verletzung von Moritz Wagner. 111, 110, deutsche Nationalmannschaft wieder auf einen Punkt ran. Sonny Fernandes, der Coach der Kanadier hat sein Team hier zu willkommen sehen in dieses Spiel. SGA wieder gegen Maodolo. Sie bleiben bei dieser Single-Couverage. Jetzt kommt die Hilfe von Moritz Wagner. Gute Ballbewegung. Kelly Olenek für drei verfehlt. Wagner für Wagner. Möglichkeit wieder in Führung zu gehen für die deutsche Nationalmannschaft mit Maodolo. So der Screen von Thiemann. Der Pass rüber an die Obst mit der Attacke gegen Dylan Brooks. Und da ist Johannes Thiemann Weitz. Offen für Weih. Und der tut weh in der deutschen Fansäle. Und in den Hand-Off. RJ Barrett. Wieder übers Platz. RJ Barrett. Nicht unter Kontrolle zu bekommen. Franz und Moritz. Moritz Wagner mit dem Fake gegen Olenek. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Nicht wirklich da. Da ist jetzt Franz Wagner mit dem Cut. Super bedient von Moritz. Wir nähern uns der letzten Minute dieser Overtime. 112, 113. Schäge. Und Alexander gedoppelt an der Mittellinie. Kelly Olenek mit dem extra Pass. Barrett in die Ecke für Dylan Brooks. Nein. Und jetzt wieder die Möglichkeit in Führung zu gehen für die deutsche Nationalmannschaft. Und klar ist es Franz Wagner mit dem Ball in seinen Händen. Verteidigt von Dylan Brooks. Moritz mit dem Screen. Da ist er. Über Kelly Olenek. Kurz. Hier zuvor noch mal der feine Pass für Franz Wagner. 10 Sekundenunterschied zwischen Spieler und Schussrohr. Die deutsche Nationalmannschaft muss nicht faulen. SGA gegen Moritz Wagner. Wieder bringt er den Spieler zum Schlitter. Da ist Lou Dort aus der Ecke für 3. Nächster Airball. Und jetzt erneut die Chance. Deutschland kann halten für den letzten Wurf in dieser Overtime. Maudolo mit dem Crossover. Den Pass rüber für Moritz Wagner. Gegen Kelly Olenek. Mo Wagner geblockt. Der Ball ist bei Kanada. Schnelles Foul. Kommt zu spät. Kanada gewinnt den Supercup. Boah, was war das für ein Basketballspiel. Über weite Strecke des Spiels. Mit 10, 11, 12 vorne gelegen. Und dann nach dem fünften Foul von Dennis Schröder hier die Overtime gekämpft. Und hier mit der Möglichkeit auch den letzten Wurf dann aber keinen losbekommen.